Ahaha, lol, nein, ich bin tot, ich töte sie alle, ich hab alle gekillt. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge PvP mit dem... Ähm, Enderman von Plotting Games HD. Jo, wir spielen eine Runde Trouble in Mein Will auf der Map. Wie heißt sie? Frozen Cargo. Frozen Cargo, ja. Wieder mal PvP bei mir, schon lange nicht mehr. Aber ja, wird das wieder eingestellt, wieder mal ein bisschen mehr PvP, aber trotzdem auch noch Ticket und so. Jo, das muss so funktionieren. Und ich hab grad nur ein Holzschwert da. Ich hab, ähm, Steinschwert, ein Holzschwert. Das Ticket, das geht's ja gar nicht. Ähm, ja. Ähm, wir verraten uns aber nicht, was ich finde, oder? Ah, nein, wir pro Karnier, Kanssch. Schön, ey, du musst... Ticket, Ticket, es Ticket, es Ticket, es Ticket, so eine Huhe, er greift mich dir, nur, nur, schon unbedingt bei Ihnen vorbei. Er macht wirklich coole Videos. allein genau durch die Fülle ein Traumann verlinkt in der Videobeschreibung er klappt alter Mann halte schließlich angriffen du geht zum Tester das ist ein Junge der Typ hat gerade um ihn gebraucht alter Mann beim Test an die Metzeln dort die jungen 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 ich bin grad ja immer noch dort am stehen ich hab voll Angst hier Eee Aja ich bin 20 Punkte vor 2000 Kammer also zieht es du nein du ja ich bin ich will du bist weiter du bist weiter aber ich gehe ich den Test ich gehe den Test okay wo bist du mal hatte ich okay warte ich muss das sehen in der männern als Ente Aja das ist schlagen du bist traiter du bist jetzt auch zu testen ein skinnies girl eine und meine optikkeit fein kbs Aja ich hab aber auch eins normalerweise bei der Sonne so blau ein von Mainstream ja ich sehe es mein Gott nicht weil ich hab auch nicht drinnen Prozent der Tier der der Karte an die Tiefen gebracht der hier bis sie die sicher gerade steht auf die Niederlässe auch er hat klar alle Taten du sollst mich hier verarschen hängen noch mehr und so lebt dran ja klar also bis gleich leute also wieder in der nächsten Runde und ich bin Traitor wie gerade zählt ja es wurde noch nicht mal gesagt wer jetzt was ist ich bin trotzdem Traitor hast du Traitor-Passe Pässe? nein habe ich nicht was ist ein Traut ach ich weiß das ich weiß es war ich hab das irgendwie gehört oh ich hab 64 Fall ich hab ein Steinschwert ich bin ich bin nicht alle weg hier ja ich stehende ja m man schluss im Haus nicht raus ein Warte das ist sicher zu machen es ist ein Haus ich habe als gemietet die K2 zwei fünfzig also was jetzt hier für eine Anstellung oder das ist man schön ich weiß nicht wenn soll ich den aus dem schilder mein ohmg 9 normalen ich bin die text ist ja du sauer du kommst jetzt her weil ich kann dich töten ohne dass jemand irgendwie denkt ich bin Träger aber ich bin ich schlage andere auch der Hörger bringt mich fast um kann anderen ich schlag den jetzt ja weil du Träger bist ich schlag den er bekommst ja nicht hoch als mich war er muss testen er hält der Junge will mich töten dieser dieser fuhr Arsch er will er ist wichtig da ist noch zufrieden ich schlag dich wieder unter er hat er er kann sich nicht hoch du kommst du kommst nicht komm du sauer ja bei dir als alt dann macht er mir ja schwer du sauer mal da 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 er kommt was wir aufs du mal die detektivs alle ende mit accept me ha 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 er muss hier mal runter gehen ja Lord da ist ein Detektiv das nicht ey der traut sich nicht runter weil du du bist straight ich weiß schon ich war schon im Test soll ich nochmal nein nein du solltest zu mir kommen ja wo bist du ich bin hier irgendwo runter gegangen das ist so eine Höhle und dort gibt es eben die energist und die du musst mal kurz komm was was machst du da was willst du ah du bengst black fighter lp ist gerade bei mir oh my god nein ich habe angst ich bin hier im Arsch jetzt komm doch mal ich weiß nicht wo das ist ich kenne mich nicht gut ich kenne sie aber schon es ist da gibt es eine Verzweigung da kannst du vom Tester gehen ich bin hier beim Tester ja der ist gekommen du musst so jetzt gehst du testen so mehr was will sturm man nicht bang dich mag der hier der hier und dieser Pluto da ist mir verdächtig halt die Fresse man du bist verdächtig ich soll nochmal testen gehen warte 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 ich hab dir es gefunden er geht es zu kommen wir müssen wir sind das ist mir egal du musst müssen gehen ja das ist zum Test du bist du jetzt ich hab ich bin gar nicht ich bin gar nicht wenn ich an die Kinder in den USA und 20 Punkte ab ich bin ich gar nicht du nun klar ey ich weiß kommt das null ja komm ich du hast ganz bestimmt so ne Ender Teil oder wie das auch heißt dein was? nein irgendwas mit dem Agar's Trainer und mit der ja bist du ein Innocent du bist als Innocent angezeigt ja wir wir bomben dich alle merkst du das nicht? du bist gemobbt von allen Seiten mit den Steckern schlagt ihn ja ich hab mich schon wohl gesehen ich hab mich schon wohl gesehen ciao wir haben es getötet werden sag mir wer die Traitor sind dann lass ich dich in Ruhe das sind zwei Traitor wetten wetten warum gehen die Zeit herum was wir aufs Tor? ja ich bin die wahrscheinlich auch das sind alles drei Traitor wie weißt du das? weiß ich nicht schau wenn wir jetzt wegrennen und die rennen uns nach ey 1 7 ja komm also und ich wette na sicher du kannst ja mit denen kommunizieren wenn du slash t eingibst na das finde ich nicht mehr dass du hast sowas nicht sie hat nur w a s au lol nein ich bin tot ich töte sie alle ich hab alle gekillt lol alle beide lol ich hab's dir doch gesagt alter ok hängen wir noch weiter dran oder? ok dann gehts gleich weiter oh toll sind wir wieder zu dem nächsten Spiel ich würd schon Parts sagen weil ich so gerne Parts mache warte du oh so ein Player Simson so ein Play ja das ist ein geiler Name oh ich habe ein oh ich hab Pfeile und einen Bogen alter jetzt hab ich schon gewonnen du musst gar nicht mehr mitspielen ja einer Shader ist so schön ich spiel ohne Shader ja weil ich mehr Niveau habe dein Niveau ist gleich null das oh nein oh oh shit oh ey oh lol lol ich muss runter ich muss da runter ey shit wenn es gestartet hätte das wär doch die Blamage oh ich versuche so loll oh 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 hast du mein Job oh ich hab' schaut man skills oh oh mal mal alter Mann wie man die ganze Zeit möglich nur innocent wird oder detective stimmt kommst du Tester jo bist du ich geh ich komm zum Tester du Lappen na komm na komm oh ok Alter der hat den grad umgebracht ja klar halt die Fresse hier ey du bist ja du bist Traitor du Saw du da du bist ein Traitor ich weiß es ich geh nach retesten du bist ein Traitor ich schwör's dir ey Alter schieß auf mich du bist ein Traitor ich schwör's dir du bist ein Traitor Junge ich zieh auf dich ah ich war so ein Traitor ich war Traitor du bist so ein Scheißlauten ja Junge das war so als ich dachte ich wollte dich schon runter schubsen entweder das oder ich musste einfach zum Tester und irgendwie das schaue du bist so ein Scheißlauten du bist so ein Scheißlauten so richtig Alter weißt du das geilste war dass ich den letzten Hit hatte ich hab jetzt ein Traitor Traitor und Punkt und und Detektiv oh ich hab den Detektiv getötet und die Leute merken es nicht ich hab den Kopf die Krühe die haben es nicht gemerkt oh lol die haben es nicht gemerkt dass ich den oh nein 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 blöde Menschen bemerkt man noch nicht Loll nein ich bin tot aber oh das war mal geil ich glaub einer wir brauchen keine Runde mehr oder nein das ist so also da sehen wir uns beim nächsten Video tschö 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 tschö